In der heutigen Folge machen wir allen Langzeitsingles ganz, ganz, ganz viel Mut und plaudern darüber, warum der Zug auch für über 35-Jährige noch lange nicht abgefahren ist. Wie du wieder Hoffnung gewinnen kannst und welche Schlüssel es gibt, um den richtigen anzuziehen, erfährst du heute hier bei uns. Boodle Knockout, der Podcast von und mit Lila Sauerschnigg und Stefanie Scharawieger. Zwei psychologische Beraterinnen und engste Busenfreundinnen reden schonungslos ehrlich und mit einer guten Portion Wiener Schmäh über Liebe, Sex, Dating und Männer. So, als wären sie allein. Deeper als Deep Dog. Boodle Knockout. Herzlich Willkommen zum Boodle Knockout Podcast. Du hörst die bezauberndste Stimme von Lila und Steffi und wir freuen uns so sehr, wieder hier mit dir zusammen sein zu dürfen, in die nächste Podcast-Folge eintauchen zu dürfen. Wir freuen uns so sehr, uns verbinden zu dürfen, unseren ganzen Wissen, Weisheit, Liebe, alles, was da in uns drinnen ist, da rauszulassen, dieses Mikrofon zu sprechen und die Welt damit zu verändern. Das ist eigentlich der Plan, oder? Ja, absolut. Da sind wir wieder bei Pinky und der Brain. Ja? Weil heute geht das, wie sagst du, was, was? Ja, shit, jetzt hätte ich mich besser vorbereiten müssen, wenn ich schon mit dem anfange. Die Weltherrschaft. An uns reißen, ja, genau. Was machen wir gerade? Die sagen dir immer was am Anfang, als die sagen, da, 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 Brain. Na gut, das werden wir jetzt gleich wieder. Ja, das werden wir googeln. Googeln, dann nebenbei. Aber ja, so sind wir jetzt wahr. Pinky und Brain, Brain und Pinky, alles in einem. Alles in einem. Alles in einem, ja, genau. Und ich freue mich darauf, die Welt in Liebe verändern zu dürfen. Ja, und natürlich auch die Weltherrschaft an uns zu reißen. Natürlich. Das impliziert mich. Nichts weniger als das. Also, deswegen, wenn wir das jetzt weitermachen, dass wir da auch weiterkommen in unserer, wie soll ich sagen, Weltherrschaft. Ja, genau, in der Weltherrschaft, dass wir das sozusagen erfüllen und dort reinkommen und das Leben und keine Ahnung was. Und vor allem so, weil die letzte Folge, ich möchte das nochmal ganz kurz ansprechen, mit der wundervollen Inga, ist ja sowas von eingeschlagen, eingeschossen, durch die Decke gegangen. Man sieht das anhand der Downloadzahlen, aber ganz besonders bekommen wir das natürlich mit, aufgrund der vielen Nachrichten, auch die Inga hat viele Nachrichten bekommen und ich glaube, die Folge war wirklich der Burner schlechthin. Ja, der Gänsehautburner, glaube ich. Also, da haben sich wirklich, und das haben wir uns auch gedacht natürlich, auch während der Folge schon, wirklich viele Frauen, vor allem auch Single-Frauen, so viel mitnehmen können. Und ich glaube, es sind so viele Herzen dadurch wieder geöffnet worden oder noch weiter geöffnet worden, mit ganz viel in Hoffnung gehüllt worden, in Liebe, in, ja, okay, für mich gibt's den Richtigen da draußen, yeah, so ist der Tonus. Viel Druck auch rausgenommen und diese Geschichten und das lieben wir. Ja, und das war wirklich auch für uns ganz, ganz, ganz schön, mit der Inga da einzutauchen, weil wir lieben die Inga wirklich sehr. Ja, sehr. Und wer weiß, was da mit uns drei Jahren noch kommt, gell? Ich glaube, da kommt noch einiges. Ich glaube, da kommt noch einiges. Definitiv. Aber heute haben wir ja wieder eine neue Folge, eine Solo-Duo-Folge sozusagen. Wir sind ja eins, Steffi, deswegen ist es Solo. So ist es, genau. Und ich freue mich auch sehr, weil heute habe ich wieder Themenvorschläge, die Lila ziehen darf. Und ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, was dabei rauskommt. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, welche Folge es wird. Und ich bin natürlich auch sehr gespannt, was aus uns daraus fließen wird. Man weiß es ja nicht. Nein, man weiß wirklich nicht. Man hat überhaupt keine Ahnung. Man weiß wirklich nicht. Kriegen wir was zu haben, kriegen wir nichts zu haben, ist unser Hirn, wie soll ich sagen, an diesem Morgen, 10.15 Uhr, schon, wie soll ich sagen, aktiv genug, um gescheite Dinge rauszuwerfen. Wir werden es sehen. Es ist die Uhrzeit auf jeden Fall realistischer als alles nach zwölf. Das stimmt, weil da kommt dann die große Müdigkeit aus. Das wird dann schwierig. Da schlafen wir schon wieder fast. Wirklich. Aber wir lieben das so und wir wollen noch ein bisschen, ein paar Mal wollen wir noch in dieses Folgenziehen reingehen, weil uns das so Spaß macht gerade und wir auch wirklich auch mitbekommen, auch da so wunderschöne Rückmeldungen bekommen. Man muss ja auch sagen, wir haben ja wirklich auch gute Themen. Also deswegen, ich würde es noch gerne länger ziehen, länger, so lang wie möglich ziehen, weil für mich persönlich, um da kurz persönlich reinzugehen, es macht schon was. Mir taugt das schon, dass ich da einfach sitze, keine Ahnung habe und einfach aus mir raus mit dir gemeinsam da reinplaudern kann und einfach auch ein bisschen mehr dieses, wie soll ich sagen, ich liebe das Spontane, dass auch der Verstand nicht sagt, hättest er den Satz noch aufgeschrieben, Lila. Der war halt noch wichtig gewesen, Lila. Nein, da müssen wir durch. Das ist halt wie es jetzt ist. Und das taugt man. Das macht mir so Spaß, Steffi, wirklich. Mir auch. Und ich freue mich, was heute hier noch auf uns warten wird. Deswegen, Stefanie, ich bin bereit, wenn du bereit bist. Okay, dann würde ich sagen, ich überlege mir jetzt eine Strategie. Also ich habe genau genommen vier Themen und sie stehen auf vier Zettel. Und ich würde mal sagen, machen wir es kompliziert oder machen wir es einfach? Ich muss mal überlegen. Machen wir es spezieller. Du kennst die Antwort. Nein, wir machen es einfach so. Wir machen eine Mischung. Ja, wir machen es einfach so. Ich drehe die Zettel jetzt einfach um. Und du wählst mal, na, ich kann das so nicht. Ich bin so aufgeregt. Scheiße. Du schwitzt noch ein bisschen. Jetzt kannst du dich noch mischen. Es sind eh alle Themen so cool. Aber manche Themen sind ein bisschen, wie soll ich sagen, anspruchsvoller für uns als Fachexpertinnen. Und manche sind ein bisschen, wo wir echt einfach easy cheesy reingehen können. Ja, ich bin jetzt ein bisschen aufgeregt. Aber ich würde einfach sagen, ich nehme sie da jetzt unter meinen, warten, tue ich mal weg. Soll ich mir das stoppen? Ja, du sagst dann einfach stoppen. Warte mal, ich sage aber erst, wenn es geht. Ich mische mal so ein bisschen. Ach, das geht so nicht. Jetzt klemmst du zusammen. Jetzt bin ich ganz erwischt. Jetzt steckt sie aus. Jetzt ist es aus. So, machen wir das. Machen wir das so. Machen wir das so. Na her, ich bin gespannt, was du da jetzt in deinen Händen hältst. Ich auch, ich bin so nervös. Das ist schon ein Druck. Also Folgen, dass ich die bin, die die Folgen jetzt liefert. Ja, ich kenne das. Ich bin froh heute. Das macht schon was. Bist deppert. Ich brauche es nicht. Machen wir mir. Nächstes Mal bin ich wieder. Und denk mal, zieh, 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 was lauernd ist. Du bist schuld, Lila. Du musst schon abliefern jetzt. Warte mir zu einiges. Ja, dann würde ich sagen, mit dem die runtergeflogenen. Nein, nein, nein. Ich habe ihn schon wieder erwartet, welcher ist. Ich will es doch einfach einfach haben. Du sagst jetzt gleich. Okay. Sag mal, wenn ich was sagen soll. Ja, ja, ich tue mir die mal so Augen zu. Und jetzt sag stopp. Ich habe die Augen zu und fahre mit meinen Händen über die geschüttelten Zetteln und drüber. Okay, gut. Warte, ich spüre kurz hin. Stopp. Okay. Die wird Tommy. Aha. Okay. 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 Spannend. War nicht so euphorisch jetzt. Nein, spannend, spannend, spannend. So. Und zwar habe ich auf meinem Zettel stehen. Eine Mutmachfolge für alle Langzeit-Singles und Frauen über 35. Oh, schön. Also ich habe mir gedacht, weil das so oft das Thema ist bei uns Frauen. Ich bin schon so lang Single oder ich bin schon quasi nicht 35 plus und habe einen Kinderwunsch, habe einen Stress, habe das Gefühl, bei mir wird das nichts mehr. All diese Geschichten. Und ich habe mir gedacht, weil wir das Ganze ja auch ganz locker sehen und ganz positiv sehen und auch einfach so viele wunderschöne Erfahrungen auch haben, auch für Langzeit-Singles oder eben besonders für Langzeit-Singles und auch besonders für Frauen über 35, habe ich mir mal gedacht, ich möchte eine Mutmachfolge. Also das darf eine ganz super zur letzten Folge, finde ich jetzt auch spannend, weil wir da ganz in der Liebe drinnen bleiben und ich möchte gerne wirklich mit dieser Folge ganz, ganz, ganz viel Mut und Tiefersicht und Liebe in die Herzen der Frauen zaubern, die vielleicht schon daran zweifeln oder Angst haben, dass das bei ihnen einfach nichts mehr wird oder sich nicht ausgeht. Also eine Mutmachfolge für alle Langzeit-Singles und Frauen über 35. Also ich würde sagen, das ist aus dem Ärmel geschüttelt, oder? Na schon. Das ist wie für uns gemacht, danke Universum für diesen Zettel, danke Stefanie für diese großartige Themen-Idee, du bist hier das Universum, bist du sowieso für mich, es ist ja so. Und um es gleich einmal vorweg aufzugreifen, weil du hast es so geil jetzt gesagt am Schluss, ob es das überhaupt gibt und ganz speziell bei Langzeit-Singles und wir wollen, ich glaube, ich sage jetzt mal unseren Standardsatz und fange einmal mit dem an. Bitte. Für jede gibt es den richtigen, auch noch einmal im Zusammenhang mit der letzten Podcast-Folge, mit der Inga, weil das ist ja wirklich, dieser Tonus war ja da auch ganz klar spürbar, auch mal von einer dritten wundervollen Frau im Bunde, die das auch selber erlebt hat und wir wollen das jetzt heute nochmal betonen. Und es hat nichts und gar nichts damit zu tun, wie lange man Single ist. Ja. Definitiv nicht. Das ist etwas, wo wir uns oft selbst begrenzen, unser Inneres auch begrenzen, was sich dadurch dann im Außen oft zeigt natürlich und wir uns selber Begrenzungen auferlegen, weil wir uns denken, na gut, wenn es schon so lange nicht geklappt hat, wie soll das noch was werden? Die anderen haben schon alle wehen. Und bei mir rennt jetzt schon ein bisschen so der Zeitdruck auch und das ist definitiv nicht wahr. Wir haben so viele, Gell Steffi, so viele Erfolgsbeispiele, die schon wirklich auch im hohen Alter, im hohen, reifen, weisen Alter, um die 80, 90, auf einmal da wer eingeschlagen hat. Heißt aber jetzt nicht, dass wir jetzt alle so lange warten müssen, definitiv nicht, aber wir wollen damit nur sagen, es gibt für jede den Richtigen, es ist einfach so. Und wie gesagt, wenn man das Herz all offen hält, ist es scheißegal, wie alt man ist, scheißegal, das Alte ist sowieso nur als eine dubiose Zahl, die irgendwer mal irgendwo erfunden hat, gell Steffi? Wir sind ja auch beide noch zwölfeinhalb und circa, ja, 13, sagen wir uns ehrlich, in Wirklichkeit. Ja, ist so. Man muss auch sagen, so wie du sagst, wir haben halt wirklich auch viele, viele. Also das ist, glaube ich, fast die meisten Frauen, die zu uns kommen, auch ins Coaching, sind schon relativ lange, beziehungsweise wirklich sehr lange Single. Also wir haben wirklich auch Frauen, die 15, 20 Jahre Single sind. Also wir haben auch Frauen, die weit über 35 sind und mit Kinderwunsch zu uns kommen. Ja. Und wir haben auch wirklich ganz, ganz, ganz viele wundervolle, positive, wie soll ich sagen, Geschichten, wo wir einfach mitbekommen, wenn der richtige Zeitpunkt kommt und wenn wir da auch bereit sind und wenn wir uns da von so gewissen, wie soll ich sagen, Druckthemen lösen, dann kommt der auch bei den Frauen, die gar nicht mehr damit rechnen. Gar nicht mehr. Und das ist ja auch oft ein Thema dieses, wenn ich schon so lange keinen Partner habe oder wenn ich schon so lange Single bin, dann muss ja mit mir irgendwas nicht stimmen. Ja, genau. Und da möchte man auch gleich wirklich ganz klar sagen, bitte lasst euch das ja nicht irgendwo einreden oder Sonstiges. Das ist nämlich nicht wahr. Es ist einfach oft nur so, dass man vielleicht zum Beispiel andere Prioritäten hatte als Beziehung oder dass einfach der Zeitpunkt noch nicht da war. Weil der Zeitpunkt, der Richtige, ist ein Oberfaktor. Der steht über all der inneren Arbeit, all dem, ich liebe mich selbst und keine Ahnung, welche Dinge wir glauben tun zu müssen, damit der richtige Partner kommen kann. Der Zeitpunkt, wo sich zwei Menschen, zwei Seelen treffen, der ist gefühlt irgendwo vom Universum vorgegeben. Ja, aber warst du nicht wo? Und wann? Und dann ist das so, und wir haben letztens, ich weiß nicht mehr, wer das geschrieben hat, aber das war so schön, auch dieser Satz, bin ich denn schon zu alt? Und alle guten Männer, das fällt ja da alles rein, sind jetzt schon vergeben und ich bin schon so lange allein oder ich bin schon 40, 45, 50, keine Ahnung wie alt. Und es gibt gar keine guten Männer mehr da drinnen. Und das ist ja auch gar nicht wahr. Das ist auch ein Märchen in Wirklichkeit, dass da irgendwo ein Glaubenssatz, der sich da irgendwo fest manifestiert hat, weil, wann der, wie soll ich sagen, die Blüte oder die Höhe des Lebens ist oder auch in der Liebe, das ist nicht vorgegeben. Da gibt es keinen Zeitpunkt, kein Der ist es, sondern das ist in uns einfach angelegt. Und wir dürfen wirklich darauf vertrauen, dass das passieren wird. Und auch wenn wir nicht darauf vertrauen. Wir dürfen es, also es darf sich jeder das erlauben, weil es wird passieren. Auch die natürlich, wir verstehen das, wenn man wirklich schon so lange Single ist. Und wir haben ja Frauen, die lange Single sind zum Beispiel und wie verrückt daten. Und dann sagen, ich habe 60, 70 Dates und es ist nur Trotteln dabei oder es ist nicht das Richtige dabei. Oder wir haben aber auch Frauen, die zehn Jahre lang nicht auf die Straße gehen. Ja, also es ist wirklich alles dabei. Also man kann auch nicht sagen, wenn ich viel date oder mich viel unter die Leute mische, dann passiert es. Oder wenn ich mich zurückziehe oder was, dann passiert es ganz sicher nichts. Das hat mit dem allen nichts zu tun. Wir haben Frauen, die nur daheim sind und der Bossler läutet und der ist. Oder wie bei der Inga, die dann einfach, nachdem sie sich länger zurückgezogen hat, einmal mit der Mama auf einen Kirchenfeier geht. Obwohl sie nicht gewollt. Ja, und gar nicht gewollt und einmal draußen ist und da steht er. Also man kann das ja wirklich nicht sagen. Es gibt da kein vorgegebenes Muster. Es ist, glaube ich, auch oft so ein Knoten drinnen. Das kommt mir auch jetzt gerade, weil das war auch eine häufige Beobachtung in den letzten paar Wochen unserer Nachrichten. Weil immer wieder der Tonus auch herrscht. Und das ist auch das, was sich viele aus der Podcast-Folge mit der Inga mitgenommen haben. Dieses, ich muss nichts tun oder ich darf meiner inneren Stimme folgen, der, was möchte ich und muss nicht der inneren Stimme folgen. Ich sollte, aber sonst kommt der nicht. Und deswegen möchte ich das jetzt noch einmal ganz bewusst noch einmal aufgreifen, weil das einfach ein großer Satz auch war und weil wir letztens erst wieder gelesen haben bei einer wundervollen Frau in einem Kommentar die Frage, scheiße, was soll ich jetzt noch tun? Ich bin schon über 35. Ich habe noch immer niemanden und ich sollte jetzt wirklich Gas geben und gescheit mich mal bei Online-Dating-Plattformen beispielsweise anmelden. Weil sonst, ich möchte auch nicht mehr länger warten. Dieses Wort kommt so oft vor. Ich warte nicht mehr länger. Ich nehme das jetzt in die Hand und presche da richtig vor und hole mir jetzt. Und dann kommen halt diese 60, 70 Dates, die man dann hat und überall ist der Falsche. Das gibt es einfach nicht. Das heißt, man ist da sehr in dieser, ich sollte das tun Grundhaltung. Und aus unserer Erfahrung, aus unserer persönlichen und auch aus unserer beruflichen können wir garantieren, da kommt nichts raus. Weil wenn ich etwas tun sollte, entspringt das der Angst, der Antreiber ist da einfach der Mangel auch. Du handelst aus dem Mangel heraus, er ist noch nicht da, ich muss was tun, ich muss das jetzt machen, sonst wird das nichts. Und dann kommt aber genau das aus, nämlich nichts. Das ist ja das Problem bei der ganzen Geschichte. Und da möchte man auch nochmal wirklich von Herzen mitgeben. Du darfst wirklich, gerade wenn du jetzt Single bist, dich nach dem Richtigen sehnst, dich nach einem Partner sehnst, auch immer wieder bewusst dich ins Zurücklehnen begeben und wirklich der inneren Stimme folgen, die sagt, was möchte ich wirklich? Du musst wirklich, wirklich nichts tun, was sich nicht richtig anfühlt, was sich vielleicht auch stressig anfühlt, weil eben dieses Online-Dating hat sehr oft bei uns den Ton aus Fucking Shit, das ist so anstrengend. Und ich wisch da mal drum und kann schon nach dem Dritten nimmermehr. Das ist nicht der Sinn der Liebe. Nein. Das möchte sie uns in diesem Leben nicht mitgeben. Die Liebe gibt uns in Wirklichkeit mit, lehn dich zurück und das Richtige wird zum richtigen Zeitpunkt passieren. Und zwar auf eine Art und Weise, die du jetzt eh nicht greifen kannst. Der liebe Verstand schaltet sich da leider immer wieder ein, der uns immer wieder sagt, mal, das wird nichts. Tinder muss her. Solltest du irgendwas verändern, du solltest was tun. Ja, genau. Geh bitte raus, geh bitte fort. Und ich kenne das noch von mir früher, man hat mir auch oft gesagt, Lila, wenn du jetzt nur daheim huckst, die ganze Zeit, wie soll denn der dich dann finden? Und ich habe aber in dem Moment gedacht, hörst, ich huck jetzt gerade einfach verdammt gern daheim. Ich will ja gar nicht raus. Und natürlich, das hat auch keine Relevanz. Weil dann, deswegen ist es so wichtig, dem Herzer aufs Herzer zu hören. Du musst nichts machen, was du nicht willst. Und wenn es für dich, wenn Online-Dating das jetzt ist, was dir mega Spaß macht, wo echt coole Typen sein könnten und irgendwie brauche ich das jetzt als Abenteuer zwischendurch und das macht mir aber Freude. Ja. Sei dabei. Sei dabei. Wenn es für dich Stress ist oder es entspringt dem Glaubenssatz, fucking shit, ich bin schon so alt und ich muss jetzt was tun. Mach's lieber nicht. Ja, genau. Weil dann hast du einen Dating-Marathon, wo es dann rennt. Ja. Und du rennst im Rall in Wirklichkeit. Ich möchte ganz kurz noch, Steffi, einen Satz aufgreifen, den du mal gesagt hast. Aha. Das ist so wie einer der vielen Millionen an weisen Sätzen. Wir hatten mal ein Gespräch mit zwei, ich weiß nicht, ob ich es im Podcast schon einmal gesagt habe oder wir schon einmal gesagt haben, aber es ist jetzt auch nicht relevant, weil ich möchte es jetzt unbedingt noch einmal sagen. Du hast einmal zu mir gesagt, wenn du Single wärst, würdest du nicht suchen. Kannst du dich erinnern? Mhm. Und ich habe mir dann gedacht und habe mir den Satz auch aufgeschrieben in einem Gespräch, habe mir gedacht, es ist eigentlich so wahr. Die Suche an sich ist ja schon einmal so ein bisschen ein Knoten in dem Ganzen. Weil wenn ich suche, bin ich ja, weißt du, ich meine, es ist das Bewusste, ich muss suchen. Ja. Und das hat bei mir auch was gemacht. Ich meine, es ist noch nicht einmal so lange her und ich habe mir dann gedacht, ja, zu meinen Single-Zeiten habe ich mir auch dort oft, scheiße, ich muss suchen gehen. Und was heißt das genau? Kannst du dich erinnern? Ja. Ja. Kannst du das auch noch ein bisschen aufgreifen? Ja, das war aus einem Gefühl aus mir heraus. Ich habe mich dann so reingespürt, ich kann mich genau erinnern an dieses Gespräch und ich habe mich da so reingespürt und wie wäre das für mich? Und weißt du, ich komme ja aus der, ich sehe das Ganze ja anders, weil ich komme ja aus der Beziehung heraus dann, also wäre ja dann so bei mir, ich komme ja aus einer langjährigen Beziehung raus und wie würde ich das sozusagen ohne jetzt irgendwelchen Ängsten, ohne irgendwelchen Druck, ohne irgendwas, das habe ich ja nicht. Sondern ich bin ja da ganz frei, ich. Und wie wäre das für mich? Und ich habe wirklich für mich reingespürt und das ist ein Gefühl, was aus mir rauskam. Ich würde einfach mein Leben leben. Ich würde meine Dinge machen, aber ich hätte nicht den Drang, einen Mann suchen zu müssen. Ich hätte nicht den Drang, dass ich glaube, ich brauche da jemanden. Ich bin auch da vollkommen, ehrlich gesagt, im Vertrauen, dass der ja eh kommt zum richtigen Zeitpunkt. Ja, du bist halt für mich. Es ist klar für mich, ich habe daran keinen Zweifel. Es ist in mir so fest angelegt, dass ich weiß, ich muss nichts tun. Ich kann einfach mich um mich kümmern, mein Leben machen, mein Leben leben, mein Leben genießen, all diese Geschichten und weiß ganz genau, dass zum richtigen Zeitpunkt mein neuer Partner da wäre. Also ich hätte auch ehrlich gesagt keine Angst, wenn es mit mir aus wäre. Ich hätte keine Angst, dass ich da irgendwie nie wieder, dass ich für immer allein bleibe oder sowas gar nicht, aber ich wäre einfach auch voll im Vertrauen, dass das seine Zeit brauchen darf und wenn er kommt, dann kommt er. Weil ich da, das ist einfach nur das, wie soll ich sagen, mein freies Ich sagt das. Ohne eben all diese Beziehungssingle-Ängste, die man verständlicherweise, das verstehe ich ja vollkommen, aber ich will einfach nur damit zeigen, was sagt das freie Ich. Das freie Ich sagt, das ist das Urvertrauen, das sagt, das ist alles gut, das ist alles entspannt, mach dein Ding, mehr brauchst du darüber nicht nachdenken. Und dann natürlich bei unseren Frauen oder bei den Menschen, mit denen wir arbeiten, wissen wir natürlich, da ist ja viel Druck, viel Angst, viel Stress, das ist ja alles schon drinnen, das heißt, wir reagieren nicht aus dem freien Ich heraus, sondern wir reagieren aus dem ängstlichen Ich, aus dem kleinen Ich, aus all diesen Dingen heraus agieren wir und da treibt es uns dann irgendwo hin. Aber wenn wir ganz da bei uns sind und das kann ich da so einfach sagen, weil ich da ja kein Stress-Thema drinnen habe, ist das gar Thema. Und ich glaube, das darf man wirklich auch. Man darf sich da wirklich, ich weiß das, ich weiß das für alle Frauen da draußen, dass die Liebe kommen wird. Zum richtigen Zeitpunkt steht der da. Ja, egal was du machst, möchte aber einen Faktor noch aufgreifen, weil manchmal ist natürlich, so wie wir es auch sagen, manchmal belastet einen das massiv. Und manchmal hat man einfach auch das Gefühl, da ist viel Zwang drinnen, viel Druck drinnen, viel, viel auch alte Geschichten drinnen, warum es nicht in die Beziehung kommt. Man darf sich das dann schon auch anschauen. Also das ist schon ein Faktor, wenn wir das Gefühl haben, ich komme da nicht weiter und es belastet mich, das muss uns nicht belasten, dann darf ich wohin gehen und mir Unterstützung holen und das auflösen. Auch wenn ich irgendwie ein Muster laufen habe, auch wenn ich zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwelche Bindungsthemen drinnen habe, dann darf ich mir das anschauen. Bitte, aber, natürlich haben wir ein bisschen Menschen und haben natürlich immer damit die Hoffnung, dass ich dann dadurch den Richtigen schneller anziehe, aber in Wirklichkeit machen wie das für uns. Es ist ja auch bei uns im Coaching, da geht es überhaupt nicht um irgendwelche Datingstrategien, gar nicht. Na, die 7-Schritte-Regeln machen wir schon. Wir haben nur die 90-Tage-Regel. Achso, ja, genau. Aber wir führen die Frauen dorthin, dass sie frei sind, damit ihr freies Ich wieder da raus kann, sozusagen. Das machen wir mit unseren Frauen. Und dann sind sie im Vertrauen, dann sind sie entspannt, dann ist die Last der Druck. Das Ganze weg und dann fließt es, unabhängig ob der jetzt morgen kommt oder nicht. Absolut. Also das dürfen wir uns schon anschauen. Das heißt nicht, ich muss mit all meinen, keine Ahnung, Zwängen, Druckgeschichten, alten belastenden Geschichten, Traumata, mit denen müssen wir nicht leben. Aber das darf ich für mich persönlich auflösen. Ganz genau, so ist es. Und mich parallel. Und das ist ja auch der Tonus, wie Tonus sage ich halt uroft. Das dürfte jetzt mein neues Lieblingswort sein heute, schon zum vierten Mal Tonus gesagt. Aber ich will nur damit sagen, es geht auch dann darum, die logische Konsequenz des Ganzen ist, dass du dich ja auf die Beziehung mal mit dir selber einlässt. Weil oft ist es ja so, dass du aufgrund dessen, dass du sehr lange den Fokus im Außen hattest, auf der Suche nach ihm, man sich selbst halt total verloren hat. Und sich auch natürlich auch in dem Zusammenhang verloren hat, dass man gar nicht mehr wirklich weiß, was will ich eigentlich? Will ich jetzt wirklich den Partner? Der ist jetzt die Erfüllung? Oder renne ich da etwa einer Illusion hinterher in Wirklichkeit? Und das ist auch das große Thema dann. Wenn du dann wieder beschließt, so, ich schaue mir das jetzt einmal an. Woran liegt es? Wozu ist das Ganze gut, was da gerade bei mir passiert? Was spiegelt mir da dieser unter Anführungszeichen falsche Mann in meinem Leben da gerade? Oder was auch gar nicht in Wirklichkeit? Das ist auch ganz wichtig. Es hat nicht immer alles mit dir zum Tun, bitte. Dann entscheidest du dich aber wiederum einmal, dich mit dir zu beschäftigen. Und oft liegt es halt auch oft daran, dass wir von uns selber sehr gerne davonrennen und uns wirklich von Herzen gerne ablenken, um nicht das anzuschauen, worum es heute gerade geht. Und das ist halt auch oft so nah. Das ist ja dann auch oft dieser Shift auch in den Coachings, wo es dann darum geht, wirklich schauen wir uns das einmal an und auf einmal kommt, löst sich alles und alles ist gut. Aber oft darf man sich einfach einmal zutrauen, sich da hinein zu begeben, in sich selber, in die Beziehung mit sich selber, sich voll einzulassen in sich selbst und zu sagen, hey, wer bin denn da ich jetzt genau noch einmal? Bin ich ein bisschen oft im Rad geredet und jetzt schaue ich mir mal an, wer ist diese Frau? Wer ist diese Göttin? Was möchte die? Wie würde die damit umgehen? Ja, genau. Und das ist ja auch dieser, wie soll ich sagen, Befreiungsschlag. Absolut. Sehr oft. Absolut. Was sagen wir Frauen, wenn die zum Beispiel sagen, ich bin jetzt schon, keine Ahnung, sieben, acht Jahre lang Single und habe mir meine ganzen Sachen schon angeschaut und ich habe mir ein erfülltes Leben schon geschaffen und alle meine Lebensbereiche sind wundervoll und ich bin glücklich und keine Ahnung was und trotzdem kommt da nicht. Ja. Noch ganz kurz will ich auch noch aufgreifen, das hören wir nämlich wirklich sehr oft, das ist nämlich auch das Thema, ich tue so viel, um das und das zu bekommen. Da ist ein Knoten drin. Ja, ich arbeite eh schon wie eine Irre alles auf und da kommt noch immer nur ein Trottel. Und da spürt man halt dann schon, da ist echt eine hohe Erwartungshaltung drin. Was ja auch verständlich ist, wirklich. Ich möchte auch noch einmal betonen, ich kenne das. Ich habe das durch. Ich bin auch, ich war mal eine Kategorie Langzeitsingle. Was wie das ist, ja. Und ich kenne alle diese Scheißmomente, wo man sich denkt, fucking shit, für mich gibt es wirklich kein. Ich war genau dort. Für mich gibt es ihn nicht, ja. Und in Wirklichkeit geht es halt wirklich auch, oder bei mir war es halt auch so, ich habe mir natürlich auch ganz viel angeschaut, die Steffi weiß das ganz genau in dem Ganzen drinnen. Aber ich glaube, es geht wirklich darum, auch immer wieder den Fokus darauf zu richten, was jetzt schon alles da ist an Liebe. Und immer wieder sich bewusst wirklich dazu entscheiden, dass man nicht in diesem Mangel drin bleibt. Bitte nicht in dieses Opfer reinrutschen. Wir sagen das eh so oft. Fokus auf Fülle, Fokus aufs Hier und Jetzt. Auch wenn es immer wieder schwer ist, aber wir sind auch, wie soll ich sagen, allesamt hier, die Steffi sagt das immer so schön, gestandene Frauen, die wirklich in die Eigenverantwortung auch wirklich bewusst gehen dürfen und sagen, hey, ich mache jetzt weiter, ich bleibe dran, ich bin es mir selber so wert und ich werde da mein Herz offen halten und das Leben weiterhin in Liebe hüllen, weil ich es mir wert bin. Das ist so wichtig. Ja. Das ist so wichtig. Ich will auch noch eines noch einmal ergänzen. Es ist auch, man hat ja auch in einer Beziehung Probleme und Schwierigkeiten oder auch Themen, die uns beschäftigen oder belasten oder man hat dann zum Beispiel Monate lang, manchmal ein paar Jahre lang eine Beziehungskrise. Ich will damit einfach nur sagen, wir Menschen haben unsere, wie soll ich sagen, unsere Themen. Egal wo, immer wieder zeigt sich irgendwo was und das ist auch unabhängig vom Beziehungsstatus. Das ist wirklich auch wichtig zu wissen. Man hat so das Gefühl, vielleicht als Langzeitsingle, das ist ja auch das Wort, das ist ja auch eigentlich komplett blämmer. Das ist ein Schaß, wirklich. Ich möchte einfach nur hernehmen, damit wir alle so ein bisschen ein Gefühl kriegen, um was wir da überhaupt sprechen. Ja. Also, aber man hat ja wirklich so das Gefühl, man hat da so das Pech gepachtet. Ja. Ich, das geht nicht und nur ich muss mich mit dem quälen und alle anderen sind glücklich und alle anderen sind erfüllt. Ja, man muss halt da auch oft dahinter schauen. Weil alle haben ihre, jeder Mensch hat seine Herausforderungen. Und welche Herausforderung deine ist, das ist halt ganz individuell. Der eine hat es, weil er aus der Beziehungskrise nicht rauskommt. Der andere, weil er nicht in die Beziehung hineinkommt. Der dritte, weil er überhaupt nicht im Job ankommt. Der nächste, weil er, keine Ahnung, mit der Familie zerstritten ist. Es gibt ja Millionen Dinge, ja, die da kommen. Und alle Menschen haben wir unsere Herausforderungen. Das muss man auch bitte immer wieder hernehmen, weil sonst hat man das Gefühl, ich bin das einzige arme Ding da, bei dem das nicht wird. Und alle anderen sind so glücklich, weil die haben ja. Nein, das ist auch nicht wahr. Das ist nicht wahr. Ganz genau so ist es. Wir haben alle die Aufgabe, mit unseren Themen umzugehen und wir haben alle die Aufgabe, unsere Aufgabe, unser Leben so schön wie möglich zu gestalten. Ja, genau. Egal, wie auch immer der Status da ist. Ja, genau. In Wirklichkeit. Und ich, beziehungsweise wir, das spreche ich gleich wieder für uns beide, wünsche uns ja, glaube ich, einfach auch nichts mehr, als dass jede einzelne Single-Frau da draußen einfach auch, wie soll ich sagen, aus dieser Warteposition auch aussteigt. Dieses, ich warte auf ihn, um erfüllt zu sein, ganz zu sein, vollständig zu sein. Natürlich ist es so, das haben wir auch schon oft aufgriffen, aber trotzdem so wichtig. Natürlich, wenn er da ist, ist das noch einmal eine andere Art und Weise von Vollständigkeit. Wow, er ist, ja, er ist dann da. Es ist so geil. Da ist jemand, der den Platz jetzt da endlich eingenommen hat. Ja, neben dir. Und wir sind alle Beziehungsmenschen. Ich glaube, es würden viele lügen, die sagen, na, ich bin allein vollkommen vollständig. Ich brauche da kein, weil natürlich da immer wieder so eine kleine Sehnsucht kommt nach dem Zweiten. Das ist ja auch wirklich normal und menschlich. Und ich möchte auch wirklich sagen, es darf auch normal und menschlich bleiben in all dem. Bitte, ja. Wir brauchen jetzt da keine Perfektionisten werden und die volle Strategie herausfinden, wie wir jetzt, keine Ahnung, als Single-Frau das glückliche Leben führen. Ich glaube, es geht sehr viel um die Selbstannahmen dem Ganzen auch, dass man wirklich das einmal annimmt, wie es ist. Aber und genau deshalb haben wir, ich, den großen Wunsch, dass man wirklich trotzdem bewusst aus der Warteposition aussteigt und das Gefühl oder sich selber in diese Warteposition setzt, dass man denkt, das Leben ist erst dann wirklich geil, wenn er da ist. Ja. Bedeutet, du wartest halt wirklich lang drauf. Ja. Keine Ahnung, wie lang, vielleicht dann nur bis morgen, ja, dass das Leben geil ist. Ja. Nein, ist jetzt schon geil. Es ist einfach so. Ja. Absolut. Absolut. Und da ist halt eben der Schlüssel, finde ich, für mich persönlich auch in der absoluten Eigenverantwortung. Weil sobald du einfach auch herausfindest, dass du es in deinen Händen hast, dein eigenes Leben, dein Liebesleben auch zu kreieren, zu erschaffen, zu gestalten, was ganz weibliches liegt auch drinnen, dieser Erschaffungsprozess, bist du auch in der Eigenverantwortung und bist auch automatisch frei. Ja. Nicht mehr abhängig von einem äußeren Umstand. Und so wie du es so schön sagst, Steffi, weil das ist genau wurscht, in welcher Lebenslage wir uns alle befinden, das haben wir immer wieder. Das dürfen wir uns immer wieder herholen. Diese Entscheidung zu treffen, hörst du, es ist ja mein Leben, ich kann es ja gestalten, wie ich es möchte. Ja. Das hängt mit nichts im Ausland zu. Ja, ist so. Ist so. Und das Gestalten impliziert ja auch noch ein bisschen weitergesponnen das Ganze. Wenn man sagen muss, du bist jetzt lange Single und dann hat man oft das Gefühl, mit mir stimmt was nicht oder ich bin das Problem. Nein, das bist du definitiv nicht, aber du bist der Schlüssel. Du bist nicht das Problem, aber du bist der Schlüssel. Und wenn ich jetzt so ein bisschen reinspüre, in all die Frauen, mit denen wir gearbeitet haben, die lange Single waren vorher und die dann jetzt in einer glücklichen Beziehung geendet sind. Ja, die sind jetzt dort geendet, verendet. Ja, aber wenn ich da jetzt mal so hinspüre, lag der Schlüssel immer in der Frau. Und ich möchte da jetzt, das ist jetzt eine Gratwanderung. Das ist die Gratwanderung zwischen, du musst nichts tun und darfst einfach sein und dich zurücklehnen. Hinüber zu, schau mal, wo vielleicht noch irgendwo ein kleines Blockadlein liegt. Und da ist auch der Schlüssel, weil, wenn ich jetzt reinspüre, was war denn oft bei unseren Frauen? Die waren teilweise selber gar nicht bereit. Ja, da kommt man dann schon drauf. Zum Beispiel, ganz auf sich selbst einzulassen und haben sie immer wieder auf halbwarme Geschichten eingelassen. Es waren Geschichten dabei, dass sie aus schwierigen Beziehungen bis schwieriger Kindheit herauskamen. Das heißt, wir haben da schon noch viele Möglichkeiten, um auch, wie soll ich sagen, den richtigen Schlüssel für uns zu generieren. Bedeutet, ich darf mir solche Dinge auch wirklich anschauen. Wo hapert es denn da noch? Aber das ist diese Gratwanderung. Du musst das nicht tun, aber wenn du das Gefühl hast, irgendwas blockiert mich noch, dann laden wir dich dazu ein, diese Blockaden aufzulösen, weil auch das gehört zu der Gestaltung eines glücklichen Lebens dazu. Schau, dass Barrieren, Blockaden, Hindernisse, all das, was dir ständig das Haxal stellt, und du nicht dorthin kommst, wo du hin möchtest, das dürfen wir bitte auflösen. Wir müssen nicht mit alten Geschichten leben, wir müssen nicht mit, keine Ahnung, was Bindungsangst leben, wir müssen nicht mit einer Verlustangst leben und trauen uns deswegen nicht einzulassen. Wir müssen auch nicht damit leben, weil wir, keine Ahnung, vor fünf Jahren einen Mann irrsinnig geliebt haben, der hat sich getrennt und das hat uns so weh gedammt, dass wir Angst haben, wieder verletzt zu werden. Das dürfen wir uns bitte anschauen. Und da sind wir auch wieder in der Eigenverantwortung. Dass ich mein Leben in die Hand nehme. Vor allem, um das ganz kurz aufzugreifen, wenn du das so schön auch aufzählst mit Bindungsangst und Co., es ist ja auch sehr, sehr oft der Fall, dass man dann, in der heutigen Zeit kann man ja alles googeln, ich greife mal kurz vor, ja, und es kann natürlich sehr oft sein, dass man aufgrund dessen, dass man einen Mann sucht, auf die schrägsten Beiträge kommt in diesen World Wide Web. Unter anderem auch auf Beiträge, die dir auch sagen, dass du sicher eine Bindungsangst hast, wenn du noch nicht den richtigen hast als Langzeitsingel. Naja gut, dann steckt mit ziemlicher Sicherheit eine Bindungsangst dahinter, sagt die XY, der, der meistens, XYZ. Und auf einmal, und das passiert halt sehr oft, und das haben wir auch sehr oft bei uns, sitzt dann eine wundervolle Frau bei uns, ganz gesund, fit, munter, schön anzuschauen und sagt, Janik, ich habe eine Bindungsangst, was soll denn da rauskommen? Und das ist halt auch so ein, natürlich gibt es das, bitte um Gottes Willen, das ist vollkommen klar, aber oft wird auch dieses Synonym, diese Diagnose gern hergenommen, damit man halt auch sich schützt vor dem großen Ganzen. Ja, genau. Weil ich kann ja mit meiner Bindungsangst nicht den richtigen finden, somit wird das auch nichts. Und in Wirklichkeit ist es oft einfach nur so, dass der Richtige einfach nur noch nicht dabei war. Ja. Und nicht mehr und nicht weniger. Und das ist halt auch für uns sehr schade, weil natürlich auch dieser, wie soll ich sagen, das World Wide Web dafür sehr viel beiträgt. Ja, da bist du teppert. Wenn ich mal nur ab und an nach wie vor, ab zu Recherchezwecken, wenn ich da mal was google zu Männer, was meint er, was meint er, wenn er sagt. Wir haben eine wundervolle Podcast-Folge mit einem wundervollen Michael drüber schon aufgenommen. Bitte, bitte anhören. Dann muss ich ihm immer ein bisschen mich ein bisschen anspeimen, einfach nach wie vor. Weil da einfach Ratschläge kommen, die wirklich so verunsichern. Und gerade, das ist ja auch die Gefahr, das greifen wir auch oft auf, wenn du schon so unsicher bist und du denkst, der Fehler liegt bei dir, kann das ganz schnell passieren, dass du einen Artikel erwischt, der sagt, ja, das ist wahr, weil du hast nämlich auch noch dazu eine Bindungsangst. Ja, genau. Hast es nur noch nicht verstanden. Und das ist ganz schwierig. Und deswegen stehen ja wir zwei auch dafür, dass wir alles ein bisschen normalisieren und menschlich machen. Ja. Und dass es wirklich auch, wie gesagt, oft einfach nur noch nicht der Richtige dabei war. Nicht mehr und nicht weniger. Und deswegen ist es auch so essentiell, um auch diese Blockaden und so weiter nochmal aufzugreifen, die du schon so schön aufgezählt hast. Ich glaube, einer der essentiellsten Dinge, was wir auch immer wieder beobachten, ist einfach auch das Thema Standards und Grenzen tatsächlich. Es ist etwas, was dich einfach wirklich zum Richtigen führt. Und ich glaube, dass ganz normal und menschlich ausgesprochen, jetzt einmal wirklich die ganz normale Frau hergenommen, die sich wirklich einen Mann sehnt, spür mal hin, ob du schon wirklich ganz zu dir stehst. Weil das ist immer wieder einer der Hauptthemen. Ich spreche nicht meine Wahrheit. Ich stehe nicht zu meinen Standards, weil ich denke, ich probiere es heute einmal aus. Obwohl sich schon 80.000 Red Flags zeigen, probiere ich es trotzdem. Ja, genau. Auch da die Sehnsucht, die Hoffnung, alles klar. Aber da dürfen wir immer wieder hinspüren. Wenn er noch nicht da war, sprichst du denn schon deine Wahrheit? Hörst du wirklich drauf, was du wirklich, wirklich willst? Das ist so ein Thema. Ja, und das schließt sich ja wieder mit genau dem zusammen, bist du wirklich bereit für eine Beziehung? Ganz genau. Und da haben wir auch eine wundervolle Podcast-Folge da dazu. Bin ich bereit für eine Beziehung, glaube ich, so wie wir heißt. Ah, ich bin gut. Aber da geht es genau darum auch. Und das ist wirklich auch dieses, bin ich bereit? Weißt du, dieses bereit sein? Weil viele Frauen sagen ja dann bei uns, ich bin bereit. Ich bin so bereit, einen Mann in mein Leben zu lassen. Ich kann es gar nicht mehr erwarten. Ja, genau. Aber bist du bereit, dich ganz auf dich einzulassen, zu deinen Standards zu stehen, zu deinen Grenzen zu stehen, zu dem, was du möchtest zu stehen? Und das auch wirklich durchzuziehen, das auch wirklich danach zu handeln, da wird es ja dann spannend. Das wird ja dann aufregend. In der Theorie checkt man das schneller mal. Das haben wir viele Frauen, die dann sagen, ihr habt das jetzt verstanden mit den Standards, danke für eure Podcasts und eure Beiträge und keine Ahnung was. Und dann kriegen wir die Nachrichten dann, wo wir merken, okay, aber beim Umsetzen hapert es dann schon nochmal. Was ja auch verständlich ist, weil es ist nicht ohne. Ja, ich kenne das von mir. Ich lache nur so teppig, weil ich mir selber immer sage, Hila, erzählst du es selber auch mal wieder, ganz ehrlich. Aber das war auch einer meiner persönlichen 1A-Schlüssel, meine Wahrheit zu sprechen, meine Standards zu setzen. Und das bis heute. Und das machst du, ziehst du durch. Das ist auch geil. Und nur so kann die Beziehung auch funktionieren. Ja, natürlich. Wirklich. Das ist ein Selbstliebeschlüssel, bitte. Man muss nicht immer überall dabei sein, ja und Amen sagen und ja, okay, passt, machen wir schon irgendwie. Ja, ich meine, mal ganz überspitzt dargestellt, sondern du darfst wirklich immer wieder, und ich glaube einfach auch, das ist für jeden Menschen wirklich wichtig, weil wir uns ständig weiterentwickeln, ständig verändern. Wir heute ein anderer sind, als gestern waren, ja, ein anderer Mensch. Deswegen darf ich auch immer wieder hinspüren, wo stehe ich jetzt denn gerade? Wo liegen jetzt gerade meine Standards, haben sich die entwickelt, haben sich die erweitert, haben sich die verändert? Ja. Ganz einfach. Wer bin ich denn jetzt, was möchte ich denn jetzt, ja, nach wie vor? Auch im Kontext Dating, weil ich glaube auch, wenn ich jetzt dahin spüre, wenn ich das Beispiel hernehme von den 60, 70 Dates und ich haue mich da voll ein und es ist einfach nicht der richtige dabei, dann spüre mal hin. Man muss nicht jeden daten, das ist nämlich auch so eine Geschichte, man rennt dann oft, also auch da fängt der Standard ja schon an, bitte. Natürlich kann man da Männer treffen und sich dort hinspielen und auch vielleicht am ersten Date sagen, na gut, das war jetzt nichts, machen wir auch viel nicht, sage ich auch nur. Aber es ist natürlich auch ein Thema, wenn ich in 60, 70 Dates reinrutsche, dann sollte ich mir meine Standards im Vorfeld noch einmal ganz genau anschauen. Meiner Meinung nach. Ja. Unbedingt. Du datest, man zieht ja, Entschuldigung, noch kurz die ganz, die komischen Männer zieht man ja immer wieder an. Ja, sicher. Aber du entscheidest halt auch, wen lasse ich rein. Wen lasse ich rein? Ganz genau. Wen date ich? Ganz genau. Wen lerne ich wirklich kennen? Und ich möchte auch da noch einmal betonen, ich habe jemanden kennengelernt, ist nicht gleich, er hat mich auf Facebook angeschrieben. Ja, das ist ein Riesenunterschied, weil wir da einfach mit unseren Wörtern auch wirklich aufpassen müssen. Du lernst den nicht kennen nach einer Nachricht oder nach sieben Nachrichten. Ja, genau. Du lernst den im Laufe der Monate kennen und dann kann man wieder hinspüren, passt es oder passt es nicht. Ganz genau. Ich glaube, da ist auch sicher der Selbstwert ein großes Thema. Könnte sein. Also dieses, was bin ich wert? Bin ich es wert, geliebt zu werden? Verdiene ich es? Das sind ja alles so, das fällt mir jetzt alles ein, weil ich so in unsere Frauen reingehe. Was lag denn da noch dazwischen? Warum klappte das denn nicht und warum klappte es dann doch? Was hat sie verändert sozusagen innerlich? Und da ist sicher auch dieses, daran zu arbeiten, das ist Arbeit. Ja, es ist Arbeit, daran zu arbeiten, dass man wirklich auch den eigenen Wert erkennt. Und wenn ich weiß, dass ich es wert bin, wenn ich weiß, dass ich das große Ganze verdiene, fällt es mir auch gleich viel, viel, viel leichter, zu meinen Standards zu stehen, zu meinen Grenzen zu stehen. Und ich ziehe natürlich auch, beziehungsweise lasse ganz andere Männer in mein Leben. Und das ist auch wichtig, weil auch wenn ich jetzt zum Beispiel, wenn Frauen jetzt daten und Männer kennenlernen, es muss nicht der Erstbeste sein. Und wenn dann einmal, weiß ich nicht, ein bisschen was passiert ist mit einem, man sich näher kennengelernt hat und sich verliebt hat und es dann doch nicht geklappt hat, das ist nicht das Over and Out. Ich sage das immer, das ist auch immer so wie mit dem Zug am Bahnhof. Wenn der Erste abgefahren ist, bitte bleib stehen, ganz geduldig, es kommt der Nächste. Das ist nicht der letzte, der einzige Zug. Brauchst nicht einmal was machen, huck dich hin und es ist ein Erste. Ja, hol der Jausal, ja, du hast ein bisschen Jausen in einem Bahnhof oder keine Ahnung was. Ja, wirklich. Aber genau so ist das, das kommt ja wieder, das ist die Liebe. Das ist nicht das, und das glaubt man aber oft. Man hat das Gefühl, okay, der muss es jetzt gewesen sein oder mit dem war ich lang zusammen oder mit dem habe ich mich verliebt, jetzt ist das auch nicht, jetzt kriege ich das wieder bestätigt, dass ich wieder nicht den Richtigen habe oder das wieder nicht geklappt hat. Und da fährt bei vielen wirklich der Rollladen runter, aus Schutz natürlich auch, verständlicherweise. Aber in Wirklichkeit ist alles gut, es ist nur der eine Zug, der war es nicht. Ich bin in den Falschneid gestiegen oder wie auch immer und muss umsteigen. Man muss am Bahnhof, warte ich jetzt, warten bitte unter Anführungsstrichen, ja. Ich bin ganz entspannt und mache mein Leben. Aber es kommt der Nächste zu. Und der Übernächste und der Übernächste und der Übernächste. Und ich glaube, das nimmt auch ganz viel Druck. Ja, genau. Absolut. Diese Ungeduld oder dieses Druck, der muss jetzt gewesen sein und wenn der es nicht war, dann gebe ich W.O. Dann scheiße ich jetzt drauf und steige aus. Ich habe es wieder nicht verstanden und keine Ahnung was und bin so tief verzweifelt. Aber in Wirklichkeit war es einfach nur der falsche Zug. Und der Richtige kommt schon dort, wo du hin möchtest. Der hat einfach nur... Der dich in deine Destination führt. Eine schöne Farbe hat er gehabt, der Zug. Genau. Aber doch, der könnte sein mit seinem schönen Rot. Ja, der war auch schnell. Ja, der war schnell. Ja, der hat ganz schnelle Rote. Ja, wer weiß. Aber ich glaube, wir dürfen uns da einfach auch ein bisschen entspannen. Und was auch, glaube ich, ist, was auch ein Fakt ist, wenn ich weiter rein spiele, wir müssen uns bitte nicht mit der Situation abfinden. Viele geben ja auf, die sagen dann einfach, ach, ist doch wurscht, jetzt bin ich halt allein und keine Ahnung was. Nein, du darfst dich ganz klar weiter darauf freuen, du darfst weiter darauf hoffen, du darfst dich weiter mit dem Thema beschäftigen, aber bitte auf eine gesunde Art und Weise. Heißt wieder nicht, bitte, ich muss da jetzt einen Datingmarathon hinlegen und mich komplett fertig machen, aber ich darf mein Herzerl offen halten, ich darf davon träumen, ich darf mir die Sehnsucht erlauben, weil auch wir haben das jetzt letztens in der Story geschrieben, genau diese Sehnsucht, genau diese Träumerei, genau das führt dich dorthin, wo dein Herzerl hin möchte, weil wir erlauben es uns oft nicht. Wir drehen uns dann wirklich ab und wir sagen, es tut mir so weh und es wird bei mir eh nichts mehr und ich gebe auf, ich gebe das Thema auf, ich bin verdammt, ich bin dieser einziger Mensch auf diesem Planeten, der dazu verdammt ist, für immer alleine zu bleiben. Das macht was, damit mache ich zu, ich mache das Herzerl zu, ich habe eine andere Energie, ich lasse auch nicht, das ist oft auch zu beobachten, auch körpersprachlich. Frauen, die aufgegeben haben, die zumachen, gehen dann auch, wenn die zum Beispiel irgendwo gehen und sehen dort irgendwie einen Mann oder was, die machen eine ganz, ganz geschlossene Körperhaltung, verschränken die Arme vom Herz sozusagen, vor der Brust, schauen ein bisschen runter, schauen oft auch ein bisschen verzwickt, ein bisschen bäst, aus Schutz heraus, schauen, haben sie einen bösen Blick, ein bisschen an Ernsten, an Strengen, sage ich jetzt einmal, und das macht was, wenn ich aber reingehe und sage, ja, ich mache mich auf und das kommt, wann es will und zum richtigen Zeitpunkt und manchmal halte ich es vor Sehnsucht gar nicht aus und manchmal ist die Sehnsucht einfach unendlich schön, aber genau dann bin ich auch in einer ganz anderen Energie, nämlich in einer offenen, einladenden Energie. Macht auch mit der ganzen Lebensqualität etwas, möchte ich noch kurz dazu sagen. Unbedingt. Ich würde gerne auch noch vielleicht dazu aufgreifen, weil wir ja da Mut machen wollen, auf jeden Fall auch, ja, in dem Ganzen. Ich glaube, es ist auch irrsinnig wichtig, wenn ich da auch so weiter rein spüre, weil das oft ein großes Thema auch ist, wenn man dann andere Paare sieht, andere Paare mitbekommt, die es quasi schon geschafft haben, in die Beziehung, also da hat die Singelfrau den richtigen schon gefunden, so auf der Art, tendiert man natürlich auch oft dazu zu sagen, scheiße, die hat dem und ich habe ihm nicht. Sie hat ihn einfach schon gefunden und ich glaube, es ist auch ganz, ganz wichtig, dass man, also das hat auch mir persönlich geholfen damals, ich habe mir irrsinnig viel abgeschaut von Paaren, die mich irgendwie inspiriert haben, wo ich mir dachte, boah, da ist urviel Liebe da, wie machen die das, wie ist das so mit denen? Ja, schau ich schön. Was steckt denn da drinnen zwischen, die zwei Menschen, die ihre Geschichten miteinander teilen, eine gemeinsame Geschichte schreiben? Also es geht auch da nicht darum, dass man sagt, scheiße, die haben das schon, was ich will, sondern hey, die haben das zwar schon, aber ich bin die Nächste. Und ich glaube, das ist auch immer so ein bisschen eine, erstens ein Energiespiel, andererseits geht es auch darum, wie fütte ich meinen Verstand? Ja, fütte ich ihn mit Angst und Kontrolle und fuck, scheiße, ich bleibe über oder fütte ich ihn mit, uh, ich sehne mich total und ich spüre aber schon die Vorfreude und ich entscheide mich bewusst dazu, wieder den Verstand, meinen lieben Verstand, der natürlich auch sehr wichtig ist, bitte, mit guten, positiven Gedanken zu füttern. Das ist auch wieder eine Entscheidung. Du hast das auch so schön gesagt, auch ich kann mich erinnern, du hast einmal gesagt, das hat mir so gefallen, du hast in dir so verschiedene Laden und du hast auch eine Steffi-Michi-Lade, wo du so Momente reinlegst und für dich abspeicherst. Ja, total. Ich finde das urgescheit und urschön. Es ist auch etwas schlau. Dankeschön. Man kann das auch wirklich, wirklich für sich machen als Single und so ein eigenes, wie soll jetzt eine Kitsche klingen, aber man kann da wirklich so ein Museum gestalten auch, ja, ein Museum. Steffi, gehst du jetzt oder was? Ja, ich suche dir, ich habe irgendwas noch auf meinen Zettel draufgeschrieben, da suche ich dann nur. Berat mir weiter. Steffi, gehst du dich nicht stören, ich suche dir. Ja, tschüss. Erzähl mal dein Museumsgeschichte. Ja, den war weiter. Nein, aber es ist ganz wichtig, man kann das natürlich mit Laden genauso machen, aber wie schön ist es einfach, ein Gedankenmuseum zu erstellen mit schönen Momenten, mit freudigen, vorfreudigen Momenten von Paaren, von Liebesmomenten, von einem Mann, der mich anlächelt. Das ist ja auch oft das Thema. Schau mal, was da alles ist. Es muss ja nicht jeder der Richtige sein, der dich anlächelt, aber hier ist es nicht schön, wenn man einfach sich gegenseitig mal so zwischendurch ein Lächeln schenkt, ein Mann, der dich anflirtet und du flirtest, so richtig, wirklich zwinkern zurück und denkst, oh, das war heute eine coole Begegnung. Also man kann sich auch wirklich wunderbar aufladen durch Liebesmomente, durch Liebeserinnerungen und die wirklich wie so ein Museum im Köpfchen gestalten, im Herzau und sich die immer wieder hernehmen, wenn ein Moment kommt, wo man sich denkt, fuck, scheiße, 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 ich bin unsicher. Schauen wir mal, was wir so abgespeichert haben. Ja, genau. Und das ist halt auch wieder, wie soll ich sagen, das kannst du für dich kreieren. Da sind wir wieder bei der eigenen Antworten, da sind wir wieder beim Erschaffen deines eigenen Lebens. Und dass du der Schlüssel bist. Genau. Und bei deiner eigenen Lebensqualität. Ja. Ich wollte persönlich nicht, hoppala, jetzt hat es mir das Mikrofon. Erst rennt es weg, jetzt hat es das Mikrofon. Ich sollte ruhig sitzen bleiben. Was wollte ich jetzt sagen? Entschuldige. Genau, ich glaube, das ist auch eine ganz wichtige Entscheidung. die man immer wieder treffen darf, dass es im Hier und Jetzt geil sein darf. Und das war mir persönlich immer wichtig. Ich wollte einfach im Hier und Jetzt ein geiles Leben haben. Und wer da jetzt dabei ist, das entscheidet erstens einmal A, Schuhe, ich. Also mit dem XYZ-Typen, mit dem ich mich zweimal getroffen habe, der ist es jetzt nicht, weil der bereichert mein Leben jetzt nicht sonderlich, sondern das ist eher nichts. Und da darf man halt auch wirklich komplett zu sich stehen wiederum. Und das ist halt auch das, wo das Universum gehört. Und das Leben sagt, gute Entscheidung, kriegst du mehr davon. Bleib mal da dran. Ist geil. Und auf einmal rennt da der Richtige rein und du denkst da, Alter, echt geil, da ist er. Ja. Bist du deppert, ja. Und dann sieht sich da zwei Jahre später, denke ich mal. Und besser als jemals gedacht. Ganz anders, aber so viel besser, so viel schöner, so viel. Ja. Und genau zum richtigen Zeitpunkt, ihr Lieben, da draußen. Das kann ich auch noch tausendmal bestätigen. Es war, egal ob es Klientinnen bei uns waren, ob es bei mir persönlich war, es war wirklich immer genau der richtige Zeitpunkt. Und wenn er dann da ist, wirst du genau wissen, wozu alles da war, wozu alles gut war und wozu dieser richtige Zeitpunkt heute hätte kommen müssen. Das ist dann einfach auch so. Du weißt das ganz genau. Früher wäre es nicht gegangen. Nein. Und darauf darfst du halt auch vertrauen, gell? Ja, das ist so spannend. Auch wenn man das dann wirklich als Geschichten dann hört, wenn man dann das Paar hat, die dann zusammengekommen sind und man dann wirklich das einmal so ein bisschen hinterfragt, ja, was war vorher, wie war dein Leben vorher? Es wäre bei beiden nicht gegangen. Nein. Das ist immer so. Genau. Wenn beide noch ihre Geschichten gehabt oder ihre Prozesse gehabt oder Themen, die abgeschlossen oder waren vielleicht davor noch in Beziehungen, ja, einer von beiden, der war noch nicht frei, der war, was auch immer. Aber genauso entwickelt sich Sinn. Ich habe jetzt was rausgesucht, ich möchte noch was aufgreifen, weil uns auch mal eine wundervolle Leserin, Zuhörerin einmal was geschrieben hat und die haben das da abgespeichert und da war die Frage, wie man als Langzeitsingel oft, warum man, dass man als Langzeitsingel oft von außen verunsichert wird und das Gefühl hat, falsch zu sein und wie man damit umgeht. Wenn zum Beispiel wieder jemand sagt, mein Gott, was passt dir denn an dem schon wieder nicht? Warum bist du jetzt wieder mit so hohen Ansprüchen? Man nimmt ihn doch einfach und keine Ahnung was. Das ist ja auch wirklich eine verständliche Frage und ich glaube, das Umfeld nervt ja am allermeisten. Also dieses ewige Gebäude, da lachst du ja auch, ich meine, du kannst ja auch Geschichten erzählen, dieses Gebäude, dieses Gefragene. Warum hast du jetzt noch immer keinen? Was stimmt mit dir nicht, dass du keinen hast? Bist du ja eh so eine fesche Frau, wieso würden dir keiner? Also man kriegt ja dann teilweise vom Umfeld ja einen Stempel. Was stimmt mit dir nicht, dass die noch keinen Haarer hat, sozusagen? Ich meine, das ist ja auch ein Wahnsinn in Wirklichkeit. Ja, das ist halt auch so, es ist eine totale Grenzüberschreitung, sage ich da auch, weil erstens geht es kein so was an, was auch immer dahinter stecken möge. Ob jetzt die größte Sehnsucht drinsteckt nach, ich möchte ihn unbedingt finden oder einfach einmal die bewusste Entscheidung, ich möchte jetzt mal alleine bleiben, weil ich schaue mir gerade meine Sachen an. Oder die bewusste Entscheidung, ich vertraue und schaue, was passiert. Es geht niemandem was an. Und jede Frage, die dargestellt wird, das kannst du schmeißen. Ich kenne es auch, ja, diesen Satz habe ich schon oft gehört, früher noch. Das war immer so ein Riesenthema bei Familienfeiern, wenn du dann wieder kommst, du huckst schon wieder allein. Und du denkst, mei, da stürzen wir uns einmal auf die arme Singelfrau und fragen wir es einmal aus. Gibt es irgendwen? Kommt mal irgendwann irgendwer mit? Es wäre doch so schön, wir täten uns so fettig freuen. Und du denkst dir, ja, danke, täte ich mir auch. Gut, dass du es noch einmal erwähnst. Aber in Wirklichkeit geht es keinem was an. Das ist einfach, finde ich, eine der grenzüberschreitetsten Fragen, die man stellen kann, tatsächlich. Ja, man kann aber auch sagen, das haben wir auch festgestellt, diese Fragen kommen von außen nur so lange, solange wir uns diese Frage selbst erstellen. Na klar, das ist natürlich die andere Geschichte. Zumindest treffen uns die Fragen nur dann. Wenn wir da ganz erfüllt und glücklich sind in unserem Ding da, dann ist uns das erstens wurscht und zweitens fragen die Leute es ja auch gar nicht mehr, weil das überhaupt gar nicht mehr da energetisch Raum hat. Aber ich glaube, umso unsicherer wir da selber sind, umso mehr kriegen wir das halt auch von außen gespiegelt in Wirklichkeit. Aber so wie du sagst, in Wirklichkeit ist es respektlos und übergriffig. Ich frage auch nicht, keine Ahnung, wie oft habt ihr Sex? Passt euer Sexleben? Eh noch. Warum bist du nämlich nicht verheiratet? Du schaust irgendwie, deine Ohren leuchten so rot, das schaut so ein bisschen unterbummst aus oder keine Ahnung was. Läuft das bei euch noch? Oder was weiß ich was? Das macht man ja auch nicht. Und da ist es wirklich irrsinnig übergriffig. Aber es macht natürlich was. Wie soll ich sagen, sich da abzugrenzen ist sicher überhaupt nicht leicht. Auch dieses, du hast so hohe Ansprüche. Oder wenn die Freunde beginnen, einen bei Dating-Apps anzumelden, obwohl man selber gar nicht will. Oder da irgendwelche komischen Verkupplungsaktionen passieren, obwohl man das auch nicht will. Diese ganzen Geschichten. Und da ist, glaube ich, auch ganz wichtig, dass man da wirklich gut zu sich selbst steht, zu seinen Grenzen steht, zu seinen Standards steht. Auch im Freundeskreis, auch im familiären Kreis. Und da auch wirklich ganz klar sagt, das geht dich nichts an. Da hast du dich dann, Entschuldigung, bei allen Lieber, aber du hast dich da nicht einzumischen. Und das Thema ist hiermit beendet. Ganz genau. Und da sind wir wieder beim Thema Standards. Und ich spreche meine Wahrheit. Geht dich nichts an. Punkt. Auch diese ganzen Ratschläge. Ja, sagt das Wort eh schon. Ratschlag. Man wird erschlagen damit, mit diesem Rat. Hinterlässt ja auch in Wirklichkeit, wenn Freundinnen oder keine Ahnung macht, das probiert das, du solltest das, keine Ahnung was. Das hinterlässt ja auch noch, in Wirklichkeit ist es eine versteckte Kritik. Und in Wirklichkeit hinterlässt immer wieder das Gefühl, dass irgendwas mit einem selbst nicht stimmt. Und das ist einfach Bullshit. Es sind nicht die Frauen, die in den Beziehungen sind, irgendwie aufgeräumter oder sonstiges. Es ist so. Ja, genau. Oder haben was anders gemacht. Oder haben irgendwas besser verstanden. Oder sind attraktiver. Das hat das überhaupt nicht. Recht. Gar nicht. Ganz genau. Wie viele ungesunde Beziehungen es da draußen gibt. Oder unglückliche oder unerfüllte Beziehungen. Die haben sich genauso ordentlich ihre Geschichten anzuschauen. Oder erst recht ihre Geschichten anzuschauen. Ganz genau. Oder schauen sich es niemals an und das geht dann jahrelang weiter und es kommt eigentlich nur Ballerwatsch raus und von außen schaut es so aus, als wäre es perfekt. Dabei steckt eigentlich nichts dahinter. Ja. Wirklich. Vielleicht noch auch ein wichtiger Satz. Ich habe noch ein bisschen hingespürt, was da noch so wichtig wäre mitzugeben. Und ich möchte auch wirklich noch einmal mitgeben, dass Liebe, dass Lieben wirklich eine Entscheidung ist, die du jeden Tag für dich treffen kannst und darfst. Weil mit dieser Entscheidung wird vieles schon mal leichter, weil zu lieben ist auch eine aktive Handlung. Du kannst da für dich sorgen und den Fokus auf Liebe richten und das Leben schenkt dir die Liebe in dein Leben. Um ein bisschen ein Meidlinger L einzubauen heute einmal. Und man kann die Liebe auch feiern, auch ganz wichtig, ohne einen Partner zu haben. Es gibt mehrere Lieben. Es geht nicht nur um die romantische Beziehungsliebe. Die Liebe ist alles, wie wir es so schön gehört haben in der letzten Podcast-Folge auch. Und du kannst sie wirklich bewusst in dein Leben einladen. Ja. Immer und immer und immer wieder mit deiner bewussten Entscheidung, lieben zu wollen. Ist so. Ja. Und ich ergänze noch, die Liebe lässt sich nicht kontrollieren. Richtig. Also egal, was man da draußen liest an mach das, mach das, mach dieses und jenes. Vergiss es. Die Liebe lässt sich nicht kontrollieren und das dürfen wir auch einmal verstehen. Das stimmt. Die kommt, wenn sie kommt. Wie der nächste Zug. Ja. Ganz genau. Ist so. Der ICE. Der ICE. Der Wiesel. Oder die kleine Lok. Die kleine Lok. Man weiß es nicht. Wenn du eine ICE erwartest, die Fanny. Ja, genau. Die berühmte Fanny. Und oft erwartet man sich eine ICE und die Fanny kommt. Ja. Die kleine Lok. Und auch das ist richtig und gut. Wirklich. Aber so wie du sagst, die Liebe ist etwas ganz, ganz, ganz Schönes. Liebe lässt sich nicht kontrollieren und Liebe ist für uns alle da und wir dürfen uns wirklich auch ganz große Gedanken darum machen, was ich möchte. Genau. Das ist, glaube ich, noch der Abschluss. In diesem Leben. Ja. Ja. Wirklich. Für mich persönlich. Ja. Ja. Mal ganz unabhängig von allen äußeren Faktoren. Was möchte ich für mich? Wie möchte ich mich fühlen? Bitte hört auf euer Kühl. Bitte. Erfüllt euch euer Gefühl. Ja. Das ist ganz wichtig. Und du bist richtig, wie du bist. Mit dir stimmt alles. So ist es. Alles stimmt mit dir. Du bist ein wundervoller, großartiger, bezaubernder Mensch. Ganz normal. Mit allen Ecken und Kanten, die da dazugehören. Und du bist genau richtig, wie du bist. Und du musst nichts an dir herumdoktern. Gar nichts musst du. Außer wenn du möchtest. Wenn du so wie wir. Wir sind ja in erfülltesten Leben und schauen dann auch immer, okay, da können wir noch und da machen wir es noch leichter, weil wir unser Leben noch schöner und leichter haben wollen. Aber nicht, um da an ein Ziel anzukommen. Nicht, weil wir müssen. Genau. Nicht, weil wir müssen oder sollten. Sondern weil wir möchten, weil wir Lust haben, weil wir noch mehr Freiheit wollen, weil wir uns noch mehr von, keine Ahnung, Abhängigkeiten lösen wollen, Verpflichtungen lösen wollen, was auch immer. Und da gehen wir rein mit einem wunderschönen, guten Gefühl, mit einer Schöpferenergie und nicht aus dem Mangel und aus dem Opfer heraus. Ganz genau. Was muss ich an mir noch ändern damit endlich? Warum immer ich? Auch diese Frage, warum immer noch immer nicht ich? Warum bin ich noch Single? Warum bleib nur ich über? Diese Fragen ziehen dich runter. Diese Fragen ziehen dich in den Mangel, ins Opfer. Hol dich raus und denk dir, okay, was kann ich tun, um mein Leben noch schöner zu gestalten? Was brauche ich, damit es mir noch besser geht? Wie kann ich für mich sein, damit ich erfüllt bin? Das sind Powerfragen. Das sind Fragen, die dich empowern, die dich weiterbringen. Raus aus dem Opfer. Da, oder, ach, was hätte ich fast mein Glas auch noch umgeschaut. Na, das brauche ich jetzt noch. Ach, raus aus dem, alle Männer sind scheiße, alle Männer sind schlecht. Es gibt den richtigen Mann für mich nicht. Ich bin das Problem. Es gibt keine guten Männer, ganz genau. Alles Opfer, Opferfragen, Schöpferfragen, was kann ich tun, damit es mir besser geht? Wie kann ich sein, damit ich glücklicher bin? Wie möchte ich mich fühlen? Das bringt mich in die Handlungsfähigkeit wieder. Ganz genau. Und das verändert ganz, ganz, ganz viel. Und wir, ja, sag nur. Entschuldige, und da darfst du dir auch selbst wert sein, dir das erfüllen zu wollen. Ja. Ganz wichtig. Ja. Und für jeden da draußen gibt es die Liebe, für jeden. Und auch noch einen Satz an die Frauen, Ü35, die einen Kinderwunsch haben. Wir haben Frauen, die weit über 40 sind und gerade mit dem ersten Kind schwanger sind oder das erste Kind bekommen haben. Ja. Mit dem richtigen geht es nämlich schnell. Und die sagen nur Cianna Nanini. Ja, keine Ahnung. 56 oder 64. Keine Ahnung. Also bitte. Naomi Campbell hat er auch noch einmal. Aber ich glaube, das war, also bei der weiß man nicht genau, auf welchem dubiosen Weg die. Aha. Ja, die Cianna Nanini, die war wirklich schwanger, glaube ich. Ja, die war wirklich schwanger, glaube ich. Ja. Und war da nicht jetzt die älteste Schwangere, 64. Ich meine, da wollen wir alle natürlich jetzt nicht hin, das verstehe ich eh. Aber ich will einfach nur sagen, gerade in der heutigen Zeit, auch biologisch verändert sich was bei uns. Ja. Und alles ist möglich. So ist es. Und wir dürfen dafür unser Herz offen lassen. 11 Uhr 11, by the way. Ja. Dass wir, dass alles möglich ist und dass das Leben für dich ist. Ja. Und wenn es dann so ist, dann geht das Razi-Fazi. Also was wir damit erleben, da wird dann nicht mehr lang quackelt. Wenn die sich dann treffen, die sind, weiß ich nicht, knapp unter 40, sage ich jetzt einmal, erst vor kurzem diese Geschichte gehabt, das geht zack, 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 zack. Genau. Die lernen sich kennen, die lernen sich lieben, das geht immer tiefer und ein Jahr sind die verheiratet. Und ein Jahr sechs Monate, ein Jahr neun Monate oder zehn Monate, ja, haben sie ein Baby. Oder noch schneller. Ja, genau. Ganz genau. Also, der nächste Zug, der kommt bestimmt. Ja. Das ist deiner. Das ist der Richtige. Das ist der Richtige. Brauchst nur einsteigen. Und wenn nicht, kannst du wieder aussteigen und weißt, okay, das war noch nicht der richtige Zug. Ah, passt. Ja, mein Richtiger kommt ja erst. Ja, und ich kann derweil ganz normal in meinem Leben machen. Ja, es soll holen und so weiter und so fort. Ganz genau. Und einfach genießen. Dein Leben. Ja. Das ist uns das Wichtigste. Du bist wundervoll und wertvoll und ganz, 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 ganz richtig. Und liebesfähig. Ja. Bitteschön. Ja. Beziehungsfähig, bindungsfähig. Alles ist drinnen. Okay. Dafür darfst du dich auch aufmachen. Wirklich. Total. Alles ist möglich. Wirklich. Es ist einfach so. Definitiv. Jawohl. Jawohl. Ich glaube. Ich glaube, wir haben Mut gemacht, oder? Wir haben alles gesagt, was mir sagt, was jetzt rauskommt. Ja, ich habe schon wieder alles vergessen, was es war. Ich finde immer so lustig, auch bei den Folgen. Ich habe keine Ahnung mehr. Ja, nicht. Wenn ich es mir dann noch einmal anhöre, denke ich mir, echt? Das war Margret. Ah, ja. Das war das Thema. Aha. Org. Ja, also, das ist in einer Sekunde wieder weg, weil das einfach aus dem Moment heraus da ist. Ja. Und da gehört es halt dann auch her, gell? Wirklich. Also, das war wirklich schön. Danke für diese wundervollen Themen. Danke fürs Einlassen. Echt ein Vorschlag. Und das Thema an sich war toll. Danke, danke. Ganz toll. Freut mich. Nächstes Mal komme ich wieder dran. Ich bin gespannt. Ich auch. Was wir da wieder haben dann. Aufregend. Aufregend, aufregend. Ja, aber ich kündige jetzt schon mal ganz sanft mal was voran, weil es jetzt gerade rauskommt. Ja, sanft, mach es. Wir machen im Juni die nächste Masterclass. Yes. Es wird eine andere Masterclass, als wir jemals machten. Alle müssen nackt sein. Ich frage nur einen kleinen Punkt. Es geht so ein bisschen auch um Männer. Mehr sagen wir jetzt noch gar nicht. Das überrascht mich jetzt selbst. Ja. Du weißt das noch nicht, gell? Nein, nein. Haben wir noch nie drüber gesprochen. Nein, aber das ist genau das Thema. Und ich glaube, wir machen, also da vertraue ich uns beiden auch, wir kommen immer zum richtigen Zeitpunkt. Das hören wir auch sehr oft. Nicht nur mit der richtigen Podcast-Folge, sondern auch mit der richtigen Masterclass. Und deswegen bitte schon einmal eintragen, es wird bald ernst. Ja, genau. Und da geht es noch mal tief. Wir haben schon Bücher bestellt, sagen wir nur, wo wir uns wirklich noch einmal komplett da einstiegern. Fachlich einarbeiten. Und auch eines unserer neuesten Lieblingsthemen, würde ich sagen, erwarte dich da. Aber ich bin jetzt auch ruhig, weil es unserer Zeit wieder zu fügt. Gell? War wirklich super schön. Ebenso. Hat mich gefreut. Danke dir tausendfach. Und gut, dass du das Glas nicht umgeholt hast. Boah, Gott sei Dank. War noch ein wichtiger Moment. Ich habe auch mich kurz geschreckt. Über den Laptop drüber. Juhu. Da hätten wir jetzt ein Problem. Ein Glanzer groß. Aber auch das wäre lösbar. Wenn man im Vertrauen ist, kommt der Laptop von selber wieder. Ja, zum richtigen Zeitpunkt. Kommt der Laptop wieder zurück. Na gut, dann bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer eines. Und zwar Liebe, Pussy, Papa! Mua! Mua! Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020